Hallo, ich bin Sachbel, ich drehe die für Kanada an bei Bahnradrennen in Omnium, in Bellodrom. Ich war mal Ringer, bevor ich mit dem Radfahren anfange. Am Anfang war Radfahren für mich als Crosstraining, damit ich mich nicht verletze beim Ringen. Und dann nahm ich an Wettkämpfen teil, da stelle ich fest, dass das eine leichte Entscheidung war, da den Übergang zu machen. Ich fing mit Herbalife die Arbeit an, anfänglich durch Team Spider Tank. Wir hatten da eine Partnerschaft mit dem Team und ich suchte spezielle Produkte für den Wettkampf bei anderen Veranstaltungen auf der Bahn. Und das war dann wirklich eine schöne Beziehung und wir sind auf die nächste Ebene gekommen. Also ganz bestimmt. Als ich begonnen habe, Herbalife Produkte zu nehmen, habe ich wirklich positive Beständigkeit gesehen im Omnium. Da geht es um Beständigkeit, dass man den Treibstoff reinkriegt, am Anfang das loslegt. Ich verwende ProLong ziemlich stark, Tag, einen Tag aus. Und das ist also gut, da kriege ich die Kalorien hoch und das ist also sehr beständig wertes Rennen. Also wenn man sich Sport anguckt, Fahrrad ist toll, Sport allgemein ist etwas, das alle ihr Leben lang machen sollten. Und was man im Sport macht, ist etwas, was sich später wieder auszahlen wird im Leben.